Hallo und herzlich willkommen zu NoiseCraft, heute mit einem Praxistipp für Video- und Audioaufnahmen. Ging es euch auch schon so, dass ihr eine Idee für eine Kameraperspektive hattet, die sich aber mit einem normalen Stativ nicht umsetzen ließ? Oder ihr wolltet eine Aufnahme mit einem kleinen kompakten Audio-Rekorder machen, aber nicht von einem Tisch aus, sondern direkt am Instrument oder von weit oben? Wenn ihr ein Mikrofonstativ greifbar habt, dann könnt ihr euch das hier helfen. Ich zeige euch heute, wie ihr einen einfachen Adapter für eine Kamera oder einen Audio-Rekorder bauen könnt, um das Gerät an einer Mikroklemme zu befestigen. Ihr braucht dazu ein Rundholz mindestens 25 mm dick, welches fest in einer eurer Mikrofonklemmen halten sollte, eine Flügelschraube oder ähnliches mit einer Gewindelänge von ungefähr 55 mm. Diese Schraube kommt nachher in euer Gerät. 6 mm Durchmesser müssten passen, aber probiert es, wenn möglich, vorher aus. Eine dazu passende Mutter und mehrere passende Unterlegscheiben. An Werkzeug braucht ihr eine Säge, eine Gehrungslade oder ein sehr gutes Auge, eine Pfeile oder Schleifpapier, einen Holzbohrer 6 mm mit dazugehörigem Gerät, optional ein Bohrer oder Dremel, um ein Loch in der Größe der Mutter bohren zu können, ein Maßband oder Meterstab, eine kleine Schraubzwinge, Bleistift und Gewebeklebeband. Zuerst schraubt ihr die Flügelschraube in euer Gerät ein und messt den Abstand zwischen Gerät und den Flügeln der Schraube. Messt dabei lieber ein paar Millimeter zu kurz, da ihr die Länge des Rundholzes später noch mit den Unterlegscheiben ausgleichen könnt. Ihr könnt auch das Rundholz direkt daneben halten und eine Markierung einzeichnen. Legt das Rundholz in die Gehrungslade ein und sägt es sauber an der markierten Stelle ab. Rundet danach den Rand mit einer Pfeile oder etwas Schleifpapier ab. Fixiert das Holzstück nun mit der Schraubzwinge an einer beliebigen Arbeitsfläche. Zu Not geht auch eine Getränkekiste oder eine stabile Fensterbank. Bohrt in die Mitte des Rundholzes ein Loch in der Stärke eurer Schraube. Nehmt danach den größeren Bohrer und bringt einen Streifen Klebeband so an, dass ihr nicht viel tiefer als die Dicke der Mutter bohren könnt. Erweitert das Loch im Holzstück so, dass die Mutter flach hineinpasst. Ich habe geschummelt und mit einem kleinen Bohrer das Loch entsprechend schlampig ausgefräst. Setzt nun euren Adapter zusammen. Steckt die Schraube in das Loch, setzt die Mutter vorne ein und dreht dann die Mutter mit der Schraube fest. Danach schraubt ihr vorne euer Gerät auf. Sollte dieses nicht sauber auf dem Adapter aufliegen, setzt entsprechend viele Unterlegscheiben auf der anderen Seite ein. Bringt dann den Adapter mit eurer Mikroklemme an einem Mikrofonständer an. Verwendet hierzu auf keinen Fall eine flexible Klemme, da sich der Adapter hier leicht lösen und herausfallen kann. Sichert die Konstruktion am besten so oder so mit einem Stück Klebeband. Nun könnt ihr die Kamera oder den Audio-Rekorder beliebig positionieren. Mit einem Geigenstativ lassen sich viele verschiedene Positionen realisieren, was bei Kameras eine Fülle von perspektivischen Möglichkeiten eröffnen kann. Eine vollständige Materialliste findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung. Das ist natürlich eine relativ simple Konstruktion, die vor allem für leichte Geräte gedacht ist. Man könnte zum Beispiel oben noch eine Platte anbringen, um das Gewicht besser zu verteilen. Aber seid bei schweren und vor allem teuren Geräten prinzipiell sehr vorsichtig. Entscheidet im Einzelfall selbst, ob die Konstruktion aus Stativ, Adapter und Kamera wirklich stabil und sicher steht. Und sichert das Ganze immer mit einem Streifen Klebeband. Bei Geigenstativen müsst ihr zusätzlich auf den Schwerpunkt achten, damit das Ganze bei einem Schwenk nicht plötzlich nach vorne umkippt. Wenn ihr weitere Verbesserungsvorschläge habt oder Videos zeigen möchtet, bei denen man den Adapter in Aktion sehen kann, hinterlasst das Ganze doch einfach unten. Ansonsten freue ich mich über Likes oder Abonnenten. Macht Musik und bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020